Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Ich habe ein Paket bekommen. Absender unbekannt. Ich war total überrascht. Mach es einfach mal auf. Und was ist drin? Es ist das Brandzeichen von Heino & Barbecue. Ich habe mich total gefreut und mir gedacht, okay, das Wetter ist nicht das Beste, aber ich werde es jetzt direkt benutzen, damit ich es auch so schnell wie möglich weitergeben kann. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier so einen schönen Gartenbrenner, den man richtig schön heiß stellen kann. Damit habe ich auch schon meine Pfanne und meinen Wok eingebrannt. Also das geht hervorragend. Ich denke, damit werde ich dieses Brandzeichen ans Blühen kriegen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier nicht direkt alles in Brand stecke. Dann lasse ich mir jetzt was zu einfallen. So, klemmt es schön drunter, kann ich noch nicht mehr hingekippen. Das heißt, Feuerzeug. Flamme an. Flamme an. Flamme an. Frid Time. Sehr schön. Abkühlen lassen, Dirk fragen und dann gucken, wo es hingeht. Ich wünsche dem nächsten viel Spaß damit.